Die Smart Selection, eine Hotelgruppe, gründet in Fürst und Liechtenstein vor rund 10 Jahren Meterville. Wir bieten Self-Checking, Hotels und Motels an und sind gleichzeitig noch Servicedienstleister für moderne Rezeptionsdienstleister. Dank unseren zwei Betrieben in Amriswil und Arbon.com seit letztem Jahr rund 170 Leute jeden Tag in modernen und komfortablen Hotelzimmern übernachten. Warum sind wir gerne in Amriswil und Arbon? Wir sind kein Großstadt-Konzept. Wir sind sehr gerne in sogenannten B-Lagen, in kleinen Städten, aber auch in Dörfern. Wir gehen nicht auf Zürich und nicht auf Bern, sondern eben auf Amriswil und Arbon. Egal ob Frühstück oder Abendessen, wir legen sehr, sehr viel Wert auf Regionalität. Darum stammen die meisten von unseren Lebensmitteln aus der Region. Egal ob das Fisch, Brot oder Fleisch ist. Mein persönlicher Favorit ist der Saft vom Pfaff von der Firma Moen. Der schmeckt besonders gut im Sommer, wenn es heiss ist. Aber auch so ist das ganze Jahr. Wir sind wohl miteinander. Ich ratete unser Haus Gewinn. Deine BehindersACE, bathroom-Konzept. Der kann USB-Konzept zugelGend unter und war nicht auf Stephen Epis presum. Das war ganz gut. Wenn mir noch richtig, ist das da mit beim Sp chicos Entspolzen bist. Vielen Dank.